Zocky, zock mal! Der Visitor hat auch mehrere Enden. Okay, schau ich mir an. Dann bin ich mal wieder gespannt, was auf mich zukommt. Play the button! Wow! Wow, 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 wow! Die kenn ich irgendwoher. Die machen viel solche Flash-Games. Da ist auch schon... Zebroth.com So. The Visitor. Oh. Oh, was ist das? Metroid? Ein Meteor, oder... Quack, 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 quack. Was muss ich hier machen? Die Angel nehmen? Ah, kann ich die so hoch nehmen? Nee. Okay, jetzt... Petri heil und so. Nochmal Angel nehmen? Nee. Haken? Also, irgendwie... Kann ich... Kann ich mich bewegen? Nein. Ah ja. Nein, bringt nichts. Okay. Ich muss wahrscheinlich hier diesen Meteor irgendwie... Ah. Kann ich den Baum auch? Ach so! What the fuck? Was ist das? Pff! Oh! Ein Mörderwurm! Ok, jetzt muss ich hier weiter machen. Ne, jetzt kommen hier Ameisen raus. Ah, okay. Ah, alles klar. Und jetzt die Angel. Ähm, Meteor. Ah, jetzt ist der Fisch da. Und zack! Äh, okay, doch nicht. Komm schon. Jetzt! Ja, jetzt. Ja, genau. Jetzt brauche ich einen Wurm und... Das ist ja geil. Ja, es ist ein Alien-Wurm. Okay, Miau, Katze. Jetzt will er bestimmt die Katze, oder die Katze fressen, oder... Ist ja ulkig, diese Scheiße. Oh. Was ist mit dir, Mietz? Mietz, sei nicht so böse. Oh, die ist richtig böse, die Mietz. Böse Mietz. Oh. Spinni! Äh. Bäh. Okay, aber jetzt... Ah, jetzt sind hier fliegen und dann... Ah, ja, und abgelenkt. Yeah! Und... Oh. Vielleicht die Katze fressen. Oh, oh. Oh, oh. Äh. Äh. Oh, oh, die Katze hat mich entdeckt. Oh, oh. Oh, 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 brave Mietz. Wow. Brave Mietz. Mietz, 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 Mietz. Was, was kann ich denn jetzt noch machen? Die Spinne ist... Ich muss hier irgendwie rein, aber wie? So, 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 so. Ähm. Scheiß, Mietz. Das ist so ein bisschen rätselhaft, ne? Da musst du halt hier so ein bisschen rätseln, aber... Das geht so nicht. Das geht so nicht. Dumme Mietz. Lass mich in Ruhe. Lass mich nein. Mist. Also, jetzt hab ich keine Ahnung mehr. Also, äh, nicht so schnell aufgeben, Zocki. Ja, ich weiß. Bei der Haus habe ich zu schnell aufgegeben. Aber... Bei dem Spiel... Gibt's nur das Loch. Kann ich denn noch was anderes? A, B, C, D, E... Hm. Kotzfleck und... Der Schwanz ist halt so komisch. Kann ich hier irgendwie auf den Schwanz drücken? Bleib stehen! Es ist halt nur das Loch. Ne, 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 ne. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Äh, Schlüsselloch, vielleicht durchs Schlüsselloch quetschen? Oder... Oder... Fressen? Oder... Mh... 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 Hallo? Ah! Hä? Wie war denn das jetzt gemeint? Okay, ja. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder oben. Und jetzt ins Popoloch rein. Iiihihi... In der Popo, nein! Yeah, der mutierte Wurm ist noch... Oh, er hat Arme jetzt! Okay, was können wir jetzt hier machen? Was ist das? Okay, was bringt das? Ein Messer. Und ein Boot. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Vielleicht in die Frau rein? Aha. Aha. Oder vielleicht so? Oh mein Gott. So. Jetzt Messer. Und jetzt in die Frau. Nein. Okay, das bringt nichts. Also einmal. Nochmal aufmachen. Zweimal? Dreimal? Viermal? Nein. Ohoho. Bam. Ah, das ist ausgerutscht. Was bringt denn das überhaupt? Okay, alles klar. Also erstmal Orange. Orange rein. Dann aufmachen. Dann Wasserhahn. Dann Messer. Messer? Nein. Mann. Verdammt. Nochmal. Rein mit Orange. Spritzi, Spritzi. Fällt hin. Fällt hin, Messer. Hey, komm. So ein Scheiß. Jetzt reicht's aber. Nochmal. Ich krieg das hin. Spritzi, Spritzi. Was kann ich mit dem Messer? Hm. Muss halt, was gibt's denn hier? Aha. Ah, okay. Alles klar. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich den Dreh raus. Soll sich die Birne anschlagen? Und zwar... ...an der... ...an der... ...an der... ...her... ...an der... ... ...was?! W-What the fuck?! ...wieso?! ...ä? Die Fresse angeschlagen und trotzdem... ...passiert nix! So, jetzt aber! BÄM! Ge-Cured... Sowas von, Ge-Cured? So, jetzt können wir da hoch und können so klicken. Aha, da müssen wir also rein. Das müssen wir gucken, dass wir irgendwie... Vielleicht kommen wir in die Frau? Nein. Wären wir noch größer und können den Mund fressen. Also wisse Aussicht kann ich nur hier diese zwei Knöpfe drücken, die Blume und die. Und die. Okay. Jetzt haben wir hier die Frau getötet und... Ach, Lampe. Ah, und ich bin drin. Okay. Oh, oh. Vogel. Vogel befreit. Fische. Noch größer. Okay. Okay. Können wir da vielleicht in den Mund reinjumpen? Nein. Vielleicht den Schrank öffnen? Vogelfutter? Nein. Aber hier, dieser Mund, der ist so verlockend. Verlockender Mund. Das gibt's doch nicht. Schön auf vollem Mund. Und was kann ich mit den Klamotten... Ah. Jetzt sind die Klamotten. Und den Vogel fressen. Nein. Warum nicht den Vogel fressen? Doch. Am, 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 am. Okay. Jetzt sind wir schon etwas weiter. Aber... Jetzt haben wir einen Vogel gefuttert und... Wir können fliegen! What the fuck! Okay, der kann sich immer weiterentwickeln. Ja. Ja. Bats! Alter! Was für ein krankes Spiel. Was ist da jetzt? Ein Frosch? Oder was? Oh, der ist wachgewogen. Ich bin unter dem Bett. Was ist das? Brutal, Mann! Richtig brutal. Okay, der hat alles. Oh! Das war's. Das Alien ist... ...vorbei. Yeah, nice, cool! Okay, das war das Game. Anscheinend gibt es mehrere Enten, aber... Also man kann sich den letzten Scream nochmal angucken, wie jetzt ein Monster aussieht. Aber wahrscheinlich kann man... Ist auch noch anders. Also es gibt mehrere Enten wahrscheinlich. Man kann jetzt wieder von Anfang an fangen. Und muss sich einen anderen Weg suchen, oder? Nee, Re... Replay all! Nee, alles klar, cool! Cooles Game! Waren wieder schöne 10 Minuten. Diesmal habe ich sogar durchgespielt. Wow, ich habe bei ZZM mal ein Spiel durchgespielt. Das war dieses Spiel... Ich weiß nicht, ob es das richtige war. The Visitor! Das habe ich gefunden darunter. Cooles Game! Schreibt wieder in die Kommentare, was ihr noch so für Vorschläge habt. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen. Und auf jeden Fall werde ich es spielen! Seid nicht traurig! Versucht es halt einfach nochmal im nächsten Video, wenn euer Vorschlag nicht genommen wurde. Ich versuch's irgendwie, wenn das Spiel mir zusagt. Also meistens nehme ich nur Flash-Games und nicht solche Free-to-Play-Spiele, weil das wäre Quatsch. Alles klar! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Es ist auf jeden Fall richtig brutal gerade gewesen. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!